Pilat uns übermantwortet Jesu, lasst den bekreuzigen Brüder die Joden aber nahmen Jesu und führten die Joden in die Türen und der Türen nun sein Kreuz und in die Laus zur Städte die in der heißen Schädelstädter all da kreuzigten sie hin und mit ihm, mit anderen beiden Seiten in so wahrer mitten Himmel und der Atus schrieb eine Überschrift auf sein Kreuz Jesus von Nazareth der Joden für mich und die Kriegesknechte nahmen seine Kleine und machten viel teil dazu auch den Rock auf das erfüllende König trifft sie haben meine Kreide unter sich geteilt und über meinen Rock das losgeworfen und auf den Kopf und der Städte und der Städte Und Jesus sprach zu seiner Not. Weil sie höre, das ist dein Sohn. Dann wachst du den Jüngern, siehe. Dann wachst du den Jünger, siehe. Dann wachst du den Jünger. Und sie füllten einen Spann mit Essig und Hebsuchen und hielten sie im Dach zum Munde, da nun nichts, den es sich genommen hat, der sich in den Kaffee und Hebschlein und Hebschlein und Hebschlein und Hebschlein und Hebschlein und Hebschlein Die Kriegsmächte, aber als sie zu Jesus kamen und sahen, dass der Schwung gestorben war, ja, und die Krieg, die Beine nicht, sondern der Krieg ist die Mächte, wenn er seine Sande mit Beinen schwimmt, und alt, 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 in Blut und Wasser raus, denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt wird. Ihr sollt ihm kein Main zerbrechen und eine andere Schritt Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben und er, dass er sehr glatt, er hat es gezahlt, und sein Zeug ist diesmal und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das gringend bläut auf das gringend bläut auf das gringend bläut Untertitelung des ZDF, 2020 Amen.